Wohnst du noch oder lebst du schon? In Deutschland wird es vorerst beim Wohnen bleiben. Zum Leben ist bei den aktuellen Mieten nämlich nicht mehr viel übrig. Jeder Sechste zahlt über 40 Prozent seines Einkommens für die Miete. Mietpreissteigerung von über 100 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren sind den deutschen Metropolen längst Standard. Die Mietpreisbremse ist ein Witz. Rund eine Million Wohnungen fehlen. Dazu steigen Geburtenrate und Zuwanderung. Die Folge? Nicht nur die Mieten, sondern auch Kauf-, Bau- und Bodenpreise sind längst außer Kontrolle. Deutschland, wir haben ein Problem. Und die Politik auf dem Wohngipfel im September diesen Jahres so. Die Wohnungsfrage ist eine zentrale soziale Frage unserer Zeit. Wohlstand für alle setzt eine angemessene Wohnungsversorgung für alle voraus. Klingt logisch und selbstverständlich. Zumal die Steuereinnahmen auf einem Allzeithoch sind. Wenn warme Worte Wohnungen bauen könnten, wäre das Problem längst erledigt. Wir werden in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden können. Ausbaden müssen die hausgemachten Probleme aber die, die am wenigsten dafür können. Geringverdiener wie Studierende, Alleinerziehende oder Rentner. Ein Treppenwitz, das gerade Studenten den Politikern zeigen müssen, wie es funktionieren kann. In Heidelberg planen 25 Studierende unter dem Titel Collegium Academicum ein Studentenwohnheim mit 225 Zimmern. Baugrund ist ein altes Brachgelände, auf dem früher amerikanische Streitkräfte stationiert waren. Der ehemalige Verwaltungsbau wird in Zukunft einfach in den neuen Holzbau integriert. Und auch der Preis stimmt. Die Wahlmiete liegt mit 300 Euro rund 130 Euro unter dem Schnitt für Studentenbuden in der Region. Neben Durchhaltevermögen und Zeit verschlingt ein Projekt dieser Größenordnung aber vor allem eines. Geld. Doch auch hier haben die Studenten eine Lösung gefunden. Von den notwendigen 15 Millionen Euro fehlen nur noch 600.000 und der Traum vom bezahlbaren Wohnraum wird wahr. Rund 2,6 Millionen Euro kommen über Bundes- und Landesfördermittel, weitere zwei Millionen aus Direktkrediten und Spenden. Ein 9,5 Millionen Euro KfW-Kredit bildet das Grundgerüst der Finanzierung. Wenn 2020 dann die ersten Bewohner einziehen, wird es Deutschlands erstes Wohnheim dieser Größenordnung werden, das von Beginn an selbstbestimmt von Studierenden geplant wurde. Und zwar ohne private Investoren und deren Profitinteressen. Das Innovative am Wohnheim, jedes Zimmer kann nach einem Baukastenprinzip individuell gestaltet und umgebaut werden. Wer mag, kann so seine Zimmergröße von maximal 14 auf 7 Quadratmeter reduzieren und Platz schaffen. Natürlich zum Wohle der Gemeinschaft. Ein Modell, das Schule machen sollte. Entwurf und Planungsbeginn war übrigens 2012. Acht Jahre von der Idee bis zur Umsetzung. Das sind gerade mal zwei Legislaturperioden. Vielleicht sollten Politiker einfach mal bei den Studis nachfragen, wie man das schafft. Das ist ein Modell, 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 das ist ein Modell. Das ist ein Modell, 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 das ist ein Modell. Untertitelung des ZDF, 2020